Der Grund des heutigen Termines ist, dass wir ein Impfpflicht-Antidiskriminierungsgesetz per Petition einreichen wollen im Parlament, weil es gibt zwar derzeit keine Impfpflicht, aber die privaten Unternehmen und auch die Kommunen diskriminieren nach wie vor Leute, die nicht geimpft sind und dagegen sollte man ein Gesetz einbringen, das diese Diskriminierung verbietet. Ziel ist, dass die Diskriminierung von Ungeimpften unter Strafe gestellt wird, nämlich seitens Arbeitgeber im Privatbereich, wo auch immer, weil es dafür überhaupt keine Grundlage gibt. Die Freiheitliche Partei unterstützt die Petition, welche in aller Zukunft die Diskriminierung aufgrund des Impfstatus verhindern möchte. Wie ihr wisst, setzen wir uns seit zwei Jahren dafür ein, dass das gesamte Corona-Sonderrechtsregime gekippt wird. Wir wollen wieder zurückkehren zu unserer Verfassung, zu unseren Grundrechten, zur Freiheit und Selbstbestimmung und diese Petition ist wiederum ein Schritt auf diesem Weg in die Normalität. Wer die Petition der Anwälte Höllwart und Scheer unterstützen möchte, die Susanne Fürst und ich gerade eingebracht haben, der kann dies mit einer Handlungsanleitung tun, die wir beifügen. Direkt auf der Parlaments-Homepage kann man seine Zustimmung kundtun und man kann natürlich auch eine Stellungnahme dazu abgeben. Ich oder wir werden im Petitionsausschuss danach trachten, dass diese Petition auf schnellstem Wege dem Justizministerium, dem Gesundheitsministerium und der Verfassungsministerin Etta Estadler zugeleitet wird, damit diese ihre Stellungnahme zu diesen berechtigten Anliegen abgeben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020